Das war Fine in the Mountains, unser Eröffnungsfilm. Und wir freuen uns für unser erstes Diversity Talk bei uns zu haben, Rutscha Ambeka von TransCompass und unsere Kollegin aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Naima Wagner. Naima wird dieses Gespräch moderieren. Ja, hallo auch von uns beiden. Wir möchten Sie jetzt einladen, noch ein bisschen zu bleiben und mit uns zusammen noch so ein bisschen den Film nachwirken zu lassen, über ein paar wichtige Themen noch nachzudenken und mit uns zu sprechen. Und ja, ich freue mich, Ihnen und Euch Rutscha Ambeka vorzustellen. Damit lege ich mal direkt los. Rutscha ist Gründerin von TransCompass und vermittelt interkulturelle Kompetenzen mit Workshops, Seminaren und Coachings. Kommt aus Mumbai übrigens wie der Regisseur auch und lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Rutscha hat an der Universität Kassel studiert und dort das Studium abgeschlossen im Anschluss an einem interkulturellen Projekt dort gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht mit eben diesen interkulturellen Coachings und dem Unternehmen TransCompass und konzentriert sich dabei auf deutsch-indische Kooperationen. Genau, Rutscha, schön, dass du da bist und happy Diwali. Happy Diwali, happy Diwali to you, happy Diwali to you all. Vielen herzlichen Dank für die tolle Vorstellung. Bevor wir starten, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dem Team hier in der FF ganz herzlich bedanken. Insbesondere bei den Kollegen, wunderbare Kollegen Rabia und Aida für die schöne Idee. Perspektivenwechsel, das ist so das Ziel, das machen wir durch Kunst und Kultur, Filme. Aber ich finde die Idee, Diversity Talk mit diesen Filmen zu verbinden, eine sehr wertvolle und eine sehr schöne. Von daher herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich da auch zu Diversity und Indien etwas sagen darf. Vielen Dank, dass Sie hier bleiben und auch sich für das Gespräch interessieren. Und einmal danke für deine Zeit und auch an der Stelle für die Moderation. Vielen Dank. Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Also wir freuen uns, dass wir das jetzt hier heute eröffnen dürfen und hoffen natürlich, dass Sie und ihr dann auch in den nächsten Tagen noch das Programm verfolgen werdet. Den Film muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter noch einführen. Ein paar Dinge hat mein Kollege zu Beginn schon gesagt. Also er spielt im Norden Indiens an der Grenze zu Nepal. Also viele Themen können wir jetzt durchaus heute auch im Rahmen von Indien betrachten. Viele Themen sind auch universell. Also es geht um ganz unterschiedliche Dinge in dem Film. Es geht um die Rolle der Frau, sowohl innerhalb der Familie als auch in der Gesellschaft. Es geht um Tradition und Moderne. Es geht um das Leben auf dem Land und es geht natürlich um Mobilität. Das ist ja bei dieser Ausgabe von Southern Lights auch unser Schwerpunkt. Sowohl Mobilität in Bezug auf körperliche Bewegung, Bewegungsfähigkeit als auch soziale Mobilität. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Und wir würden jetzt erst mal miteinander sprechen und dann fürs Publikum öffnen, außer es gibt jetzt schon eine dringende Frage. Möchten Sie noch irgendwas quasi vorher klären, bevor wir loslegen? Gut, dann lege ich einfach mal los und stelle dir mal die erste Frage. Wie gesagt, es geht um ganz viele verschiedene Themen im Film, im Mittelpunkt. Das kann man aber glaube ich so sagen, steht auf jeden Fall unsere Protagonistin Chandra, gespielt von Vinamrata Rai. Sie ist Unternehmerin, Mutter, Ehefrau und eben auch Teil der Dorfgemeinschaft in diesem Dorf. Und ja, führt eigentlich zu allen Figuren, die wir kennenlernen, sehr konfliktreiche Beziehungen. Also sowohl innerhalb der Familie als auch außerhalb. Was ist denn für dich so der Hauptkonflikt des Films? Vielschichtig, das ist so nuanciert und so wunderschön dargestellt. Der Hauptkonflikt aus meiner Sicht ist natürlich auf sichtbaren Ebene dieser Clash zwischen Aberglaube und Rationalität. Aber in dem Diversity-Bereich, in den Seminaren, auch in dem interkulturellen Bereich, sprechen wir, wenn wir über Identitäten sprechen, sprechen wir über Zwiebelmodell. Dass eine Identität wie eine Zwiebel ist. Und für mich ist der Kern von Chandra, das ist ihr innerer Konflikt auch. Und dann jede Schicht von dieser Zwiebel kann tatsächlich als der äußere Konflikt betrachtet werden, wo sie dann mit örtlichen Behörden den Konflikt hat oder Kampf hat sozusagen, Lebensbedingungen. Also der innere Kampf mit der Familie in sich selber auch und die Schichten als äußerer Kampf. Und wie eine Zwiebel gemacht worden ist, die äußeren Schichten haben natürlich beeinflussen dann den Kern auch. Und dieser Wechselspiel ist für mich irgendwo der Hauptkonflikt in dem Film. Dann bleiben wir mal bei der Hauptfigur, um die sich alles dreht. Ich finde auch besonders interessant, wie sie in die Geschichte eingeführt wird. Also wenn wir nochmal an die allererste Szene des Films denken. Also sie wirbt quasi einem anderen Anbieter eines Homestays kurzerhand die Kunden ab, sozusagen. Unterbietet seinen Preis und nimmt dann mir nichts dir nichts das Gepäck entgegen, nimmt den schweren Koffer auf den Kopf und tritt sozusagen den Weg dann zu ihrem Homestay oder ihrem, ja wir würden, was würden wir sagen, Airbnb, ihrem Hotel dann in den Bergen an. Genau, also was ist Chandra für eine Frau? Fangen wir mal so an. Also welche Rollenbilder erfüllt sie, welche erfüllt sie nicht? Ja, was ist Chandra für eine Frau? Kann man ein abendfüllendes Programm damit starten? So viele Erinnerungen. Auch heute habe ich ein Privileg hier, meine Mutter im Publikum zu haben. Und da kamen auch bei mir so viele Emotionen hoch, als ich so die Szenen gesehen habe. Also Chandra ist auf jeden Fall eine starke Inderin für mich und dann auch eine indische Mutter. Warum sage ich eine indische Mutter? Ich bin Produkt meiner indischen Sozialisation und aus meiner kulturellen Brille betrachtet, ist sie eine sehr draufgängerische und eine mutige Frau, aber stellt dann natürlich auch ihre Familie und das Hauptproblem, dass ihr so nicht laufen kann oder nicht läuft, vermeintliche Behinderung, das will sie um jeden Preis lösen, um das Thema auch Mobilität hier zu verbinden. Und dann erfüllt sie für mich das Rollenbild dieser indischen Mutter, die um jeden Preis eine Lösung finden möchte. Eine Straße natürlich, aber auch die Bedingungen für die Kinder, bessere Bedingungen für die Kinder zu schaffen. Das an erster Stelle sehr, sehr generalisierend, wenn ich das jetzt hier sagen darf. In der indischen Gesellschaft ist Mutter sein sozusagen die allergrößte Ehre, die eine Frau haben kann. Das ist alles natürlich sehr, sehr im Wandel, aber so gesehen erfüllt sie für mich dieses Rollenbild einer indischen Mutter, wo, was Wertigkeiten angeht, auch dieses Aufopfern, Sacrificing for your Family, eingelebt wird und auch erwartet wird. Von daher ist sie für mich eine starke Frau an erster Stelle und dann auch eine indische Mutter, wenn ich an dieses Aufopfern denke. Was sie für mich nicht ist, was auch wunderbar auch wieder von Ajit Bal Singh gezeigt worden ist, ist die Definition von einer indischen Frau in Indien, was von dem Patriarchat definiert worden ist. Eine, die sich unterordnet, eine, die immer die Wünsche von dem Mann als Forderung versteht. Das ist sie nicht. Das heißt auch in Indien, die Selbstwahrnehmung, das ist etwas, was er zeigt, was mich sehr berührt. Genau, das könnte ich sagen. Also wir sehen in mehreren Szenen, glaube ich, dass sie, also sie ist entschlossen, wild entschlossen, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat und hat dann auch keine Zeit für Unsinn, kann man glaube ich so sagen. Du hast von den Opfern gesprochen, die sie auch bereit ist zu geben. Die sind jetzt besonders groß hier in diesem Beispiel, da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen, wozu sie sich bewusst entscheidet, um eben dieser Rolle der Unterstützerin der Familie auch nachzugehen aus ihrer Sicht. Ja, bleiben wir vielleicht bei ihr und bei ihrer Beziehung zu ihren Kindern, insbesondere zu ihrem Sohn Prakash. Die ist ja vor allem dadurch bedingt, dass der Sohn nicht läuft, genau. Also er kann laufen, wie wir sehen. Es ist also eine bewusste Entscheidung, dass er es in bestimmten Situationen nicht tut. Also er verlangt von ihr durchaus viel als Mutter. Also hier spielt natürlich ganz offensichtlich das Thema Mobilität im körperlichen Sinne eine ganz wichtige Rolle. Und ja, meine Frage wäre, wie der Umgang mit dieser vermeintlichen körperlichen Behinderung des Sohnes und das Herausforderungen darstellt für die Protagonistin? Das ist auch ihr Hauptkonflikt sozusagen, nicht? Die möchte Probleme lösen als Person. Und jetzt, wir haben gesehen, unter welchen Lebensbedingungen die dort leben. Das heißt, sie hat keine Chance, einen Sohn da so zu lassen mit einer sozusagen vermeintlichen Behinderung. Das heißt, auch wieder Mobilität, soziale Mobilität, dass der Sohn besseres Leben schaffen kann, nur wenn sozusagen er Mehrheitsgesellschaft zugehört. Das ist meine Interpretation und deswegen ist es auch in dieser Konstellation ihr Hauptproblem, dass sie irgendwo den Sohn fit machen will, sozusagen. Dass er reinpasst. Dass er reinpasst, dass er reinpasst. Ganz interessant ist auch nicht nur die Beziehung zu dem Sohn, aber Beziehung auch zu der Tochter. Dass sie die Tochter als Ersatzmutter haben möchte, ein Stück weit auch an ihrer Stelle, was die Tochter natürlich nicht erfüllt. Und so dann auch die Frust, dass sie den Bruder mehr unterstützen sollte. Dass sie dann auch die Stärke, die Stärke wie indische Frauen oder die Stärke wie von indischen Frauen, das erwartet wird, auch verkörpert. Das sozusagen möchte sie ja auch hineinerziehen. Und dieser Konflikt ist auch ein sehr interessanter. Genau, vielleicht noch mal eine Nachfrage noch zu den Opfern, die sie bringt, sozusagen, um ihn da irgendwie in dieses Gefüge dann einzubringen. Also er soll zur Schule gehen, er soll mit den anderen Klassenkameraden mitkommen. Das ist ihr ganz wichtig. Dafür ist sie auch bereit, sich in bestimmte patriarchale Machtstrukturen, die bestehen, auch irgendwie nicht unterzuordnen, aber sie für ihren Zweck zu nutzen, weil sie keinen anderen Weg sieht, sozusagen. Wie hast du das gesehen? Ich sehe das als Pragmatismus an erster Stelle. Stärke und Pragmatismus, um auch wiederum die Bedingungen oder die Kinder ein Stück weit ihren Sohn hier zu beschützen. Und ihr Hauptziel ist, ich will raus. Ich will eine Lösung finden und dafür alles Mögliche. Also ich sehe das eher als nicht irgendwo, genau wie du sagtest, unterordnen, sondern um jeden Preisweg daraus, sozusagen. Genau. Als Wert, sozusagen. Ja, vielleicht machen wir es noch mal ganz konkret. Was sind denn die Machtstrukturen, die du jetzt gesehen hast in diesem Film, mit denen sie arbeiten muss, sozusagen, gezwungen ist, irgendwie zurechtzukommen? Das Ganze könnte man ja auch, also der innere Konflikt, was wir vorhin gesprochen haben, mit dem Mann, man sieht ja auch in einigen Szenen die etwas zärtlichere Seite von der Ehe. Oder was sie eigentlich aus dieser Ehe auch erwartet, aber nicht sozusagen geben kann, weil sie dieses dringende Problem hat, wo sie keine Lösung hat. Von daher, also mit dem Mann und seinen Vorstellungen bis hin zu diesen örtlichen Behörden oder mit anderen Konkurrenten, das Ganze verstehe ich als sozusagen eine Erwartung von diesem Patriarchat, wo sie auf unterschiedlichen Ebenen Lösungen finden muss, wo sie aber auch sich selbst bleibt. Und das ist für mich auch, wie in gewissem Grade Feminismus in Indien verstanden wird, dass es dieser nicht direkter Kampf ist, sondern pragmatische Lösungen finden müssen, durch diese sehr dichte patriarchale Strukturen. Ich hoffe, ich bin nicht zu nebulös, aber so vielschichtig ist das. Und da ist dann nicht kein Streit über Prinzipien, wer Recht hat und so weiter, sondern die äußeren Lebensbedingungen sind so hart, dass die Frauen sozusagen, generalisieren wieder, den Weg finden müssen. Und für mich ist das, verkörpert sie Chandra das Ganze. Ja, also ich finde ganz interessant, dass, du hast es jetzt auch schon mehrmals gesagt, der Film versucht auch nuanciert zu sein, auch in seiner Hauptfigur. Also er zeichnet die Figuren und ihre Probleme nicht einseitig. Also Chandra ist ja auch nicht nur die starke Frau, sondern wir sehen sie auch wütend, wir sehen sie verbittert, wir sehen auch, wie sie ihren Kindern gegenüber Gewalt ausübt. Also wir sehen sie auch in weniger guten Momenten sozusagen. Und auch für die Probleme, die der Film anspricht, gibt es jetzt keine klaren Lösungen. Das finde ich ganz schön, auch im Hinblick auf das Ende, auf das wir dann gleich noch auch zu sprechen kommen wollen. Kommen wir jetzt vielleicht mal so zu dem großen Thema Tradition und Moderne. Das ist auf jeden Fall etwas, was der Film auch anspricht und ein großes Thema, was er aufmacht. Also wir sehen diesen Konflikt immer wieder auch zwischen religiösen Vorstellungen und auch durch Globalisierung bedingten Fortschritt. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen, weil er ist ja durchaus auch kritisch betrachtet in mehreren Szenen oder auch ein bisschen humorvoll auch. Also im Kontrast steht eben Tradition und Moderne, aber auch Stadt und Land, auch verschiedene soziale Klassen. Wie hast du diese Konflikte im Film gesehen? Das Thema, das große Thema begleitet uns ja durch den ganzen Film durch. Alle erste Szene, die aus Großstadt kommen, vermeintlich modernen Gebildeten, die auch mehr Geld haben, bis hin zu, haben sie den Schild von diesem Homestay gesehen. Das ist in der wunderschönen Landschaft näher Himalaya, das soll dann Switzerland heißen, ohne einen Tee. Das heißt, das Moderne und dann bis hin zu die Tochter, die wahrscheinlich gerade ihre Sexualität entdeckt und durch soziale Medien so einen Ausdruck finden möchte und dann vieles, vieles mehr. Das heißt, das Thema begleitet uns, wie in Indien auch Modernität aus unterschiedlicher Art und Weise betrachtet wird, wo auch Modernität gleichgesetzt wird mit alles, was aus dem Westen kommt oder was westlich ist, was dann auch problematisch ist in vielen Bereichen. Das einmal und Tradition, was heißt Tradition, was heißt denn Glaube und inwieweit ist dann auch, wir sehen ja auch, dass Chandra auch gläubig ist, die geht ja in den Tempel, die macht einige Sachen mit, aber in einer gewissen Art und Weise ist sie auch total rational. Das heißt, nirgendwo könnte man eine Kategorie schaffen in Indien, wo wir sagen können, das und das ist traditionell und das und das ist modern. Und das ist etwas, was gerade oder die gegenwärtige große Diskussion ist, was auch mit dem gesellschaftlichen Wandel direkt zu tun hat. 600.000 Dörfer, 29 Bundesländer, was können wir überhaupt? Also diesen Ausmaß ist auch einmal unvorstellbar. Und deswegen ist es auch total schwierig, irgendwo eine generalisierende Aussage zu fällen, zu Modernität in Indien, weil das sehr, sehr kontextabhängig ist. Vielmals, was ich beobachte, ist, dass wir Modernität mit Städten und traditionell, oder das traditionelle mit Dörfern gleichsetzen, was natürlich eine Fehlannahme ist oder ein Fehler ist unsererseits. In Indien kann ich schon sagen, dass es eine sehr, gerade eine Welle ausgeht, wo wir uns selber fragen, was heißt denn Modernität für Indien, wo hört das traditionelle Denken auf und wo fängt Modernität an? Wie haben Inderinnen vor Kolonialzeit das Ganze definiert? Was ist in 150 Jahren, ist nicht eine kleine Zeit, was passiert in dieser Zeit? Und deswegen auch sozusagen dieser Clash von Aberglaube und Rationalität oder Glauben an Spirits und so weiter. Woher kommt das? Das geht erst jetzt sozusagen, fängt sozusagen an, in Indien auch und in unterschiedlicher Art und Weise. Ein Aspekt davon ist natürlich, woher kommt der tiefsitzende Gender Bias und was machen wir damit, dass es besser wird? Ich muss ein bisschen mit Blick auf die Uhr jetzt auch genau mal fürs Publikum öffnen. Gibt es Fragen von Ihnen oder Themen, die Sie gerne ansprechen wollen, Gedanken, die Sie jetzt begleiten quasi nach dem Film? Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, es gibt ja unterschiedliche Figuren in dem Film und eine dieser Figuren, was für mich jetzt am konstantesten war, ist der kleine Junge, der im Prinzip, alle anderen Figuren, habe ich immer das Gefühl, dass sie sich je nach Situation, ja, unstetig sind. Aber der Junge bleibt in dieser Rolle, die gespielt ist. Ist sie denn auch eine Form von einer inneren Migration, dass sie sozusagen seine soziale Umwelt nicht annimmt, beziehungsweise auch die Rolle des Vaters, der Mutter, der Schwester? Und wenn es ist, dass es eine innere Migration ist, was sind eigentlich die Beweggründe aus Ihrer Sicht? Super Frage. Vielen Dank. Sie haben mir einen neuen Aspekt gegeben. Ich habe tatsächlich die Rolle von diesem Jungen anders interpretiert. Und das lässt uns auch am Ende ein bisschen unzufrieden und deswegen auch wunderbar erfolgreich, meiner Meinung nach, gemacht, der Film. Eine Interpretation kann durchaus sein, dass das Veränderungen der Identität ist in Indien auch gerade ein Thema, was offen gesprochen wird, endlich. Und aus diesem Aspekt gesehen kann das durchaus sein, dass das auch ein Grund sein kann, was innerlich bei diesem Jungen vorkommt, der sich innerlich auch einen Konflikt vielleicht durchführt oder sich natürlich nicht mit der Mehrheit anschließen will, das aber nicht sagen kann oder nicht ausdrucken kann und deswegen als Ausdruck nicht läuft. Von daher kann es ja durchaus auch sein. Ich habe Ihre zweite Frage vergessen. War da eine zweite Frage, wenn da so eine innere Migration stattfindet, in welcher Form oder was war das? Sorry. Im Sinne, dass er seine Umwelt als feindlich aufnimmt. Es gibt ja viele Konflikte innerhalb der Familie. Er sieht auch seine Mutter, die in bedrückender Situation versucht, das Überleben der Familie zu sichern. Das heißt, dass das vielleicht auch ein Stück weit dazu führt, dass so eine innere Migration stattfindet, also dass dann eben die Mobilität, Verzicht auf Mobilität, ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch so ein bisschen Analogien gibt zu Blechtrommeln von Günter Gras, wo der kleine Junge dann auch aufhört zu wachsen, weil er die Welt der Erwachsenen auch nicht annehmen will. Ob es da vielleicht Analogien gibt? Das weiß ich nicht. Ich sehe das sogar, als könnte man ja fast Flucht auch verstehen, dass eigene Realität schaffen und in dieser Realität festbleiben, sozusagen, dass er für sich selber das dann auch entscheidet. Genau. Aber ein schöner Aspekt, dass es da auch Parallelen gibt. Es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Flucht ins Innere, so ein Zurückziehen in sich selbst. Und ich finde es auch ganz spannend, dass der Film die Frage offen lässt, was der Grund ist. Also wir sehen nur als Zuschauende, dass er offenbar irgendwelche Gründe hat, dass er sich nicht eben der Allgemeinheit anschließt, was ja einfacher für ihn wäre. Aber genau, der Grund bleibt offen. Wir erfahren nur, es gibt offenbar nicht physische Gründe, warum man sich entscheiden kann, nicht zu gehen. Und vielleicht können wir da jetzt auch ganz gut anschließen und zuletzt noch kurz auf das Ende zu sprechen kommen. Denn da löst sich diese Situation ja auf. Also mich würde interessieren, wie Sie das Ende gesehen haben. Wie haben Sie das interpretiert? Wie hat es Ihnen gefallen? Also Chandra nimmt am Ende ja an einem Ritual teil, gerät in Ekstase. Und das führt letztlich dazu, dass der Junge läuft vor den Augen aller. Und so endet der Film. Der Film heißt ja auch Fire in the Mountains. Also das Bild, mit dem der Film endet, mehr oder weniger, ist auch titelgebend. Ja, wie haben Sie das Ende gesehen? Alle fühlen sich bestätigt. Das ist so die letzte Szene, dass Sie dann sagen, ja, die Göttin hat dann auch das Ganze geheilt. Das ist so für mich absolut entscheidend. Und hat das Ritual was genutzt? Oder was würden Sie sagen? Wer hat am Ende recht? Hat jemand recht? Ja. Erstaunen und Erschrecken. Insofern hat der Vater sich bestätigt. Wo er ja vorher irgendwie die Wissenschaft angezweifelt hat. Sie sind zum Arzt gegangen und sie hat immer schön Geld gezählt und hat denkt, was gibt sie Geld aus. Und am Ende sitzen sie alle zusammen beim Ritual und plötzlich bestätigt sich in seinen Augen, dass sein Glaube dazu führt, dass sein Sohn wieder laufen kann. Zum Erschrecken des Sohnes. Da habe ich dieselbe Frage, die ich auch an dem Film habe. Wirklich oder ist das jetzt ironisch gemeint? Also da ich ja ziemlich atheistisch drauf bin, hätte ich jetzt was anderes gesagt, nämlich, dass die Mutter das erste Mal aufhört, diese starke indische Frau zu sein und die Kontrolle abgibt und dadurch sozusagen in der Familie Raum entsteht und der dann sozusagen irgendwie anders und neu gefühlt wird. So habe ich den Film gesehen. Also sie hat alles versucht und gibt diese starke Kontrolle, weil sie muss ja alles auf einmal sein. Also es ist ja unglaublich, wie viele Rollen sie sozusagen irgendwie gleichzeitig ausfüllen muss und sie arbeitet wie ein Esel, das sagt sie auch an einer Stelle. Und in dem Moment sozusagen, als sie in Ekstase gerät, lässt diese Kontrolle und dieses Funktionieren mal für einen Moment nach und dadurch entsteht in der Familie Raum für was Neues. So habe ich es gesehen. Wenn ich gerade noch mal kurz anknüpfen, also ich sehe es noch mal ganz anders. Für mich ist der Film eigentlich wirklich eine interessante Figur der Junge und die Beziehung zwischen ihm und der Mutter. Und für mich ist es eine ganz starke Liebesbeziehung, die die beiden haben. Also durch seine fehlende Mobilität muss sie ihn ja immer auch tragen. Und das ist ja eine unheimlich enge Beziehung, die die beiden haben. Er schläft bei ihr, sie trägt ihn, sie tut alles für ihn. Und ich glaube, dass der Junge das auch mag, also ausnutzt auch. Und es gibt diese unheimlich schöne Szene, finde ich, eine der schönsten Szenen, die ein paar Mal wiederkehren. dieses Ritual, was die beiden haben, als der Junge die Blume ihr hinters Ohr macht. Das kommt, glaube ich, zweimal. Und beim dritten Mal, als er dann weiß, dass sie den Vater betrogen hat und er wahrscheinlich nicht so genau versteht, vielleicht versteht er auch, was da passiert ist, er das dann verweigert. Das ist für mich auch so eine Schlüssel-Szenen. Und sozusagen am Ende kann er laufen, weil er hat Angst. Also er läuft zu ihr, weil er einfach Angst hat, dass sie möglicherweise tot ist. Ich gucke auf die Uhr und das Programm geht bald weiter. Deswegen vielleicht zum Abschluss noch, wie hast du das Ende gesehen? Ich glaube, ich kann meine, wir sagen ja, man kann die kulturellen Brillen nicht ablegen. Und das sind wunderbare Ideen, sehr andere Aspekte auch. Ich habe das sehr, sehr klassisch wahrgenommen, dass das für sie auch einmal eigene Dämonen loslassen ist. Dass sie einmal auch so eigene Dämonen loslässt und an Vergeltung wahrscheinlich denkt. Die sagt ja auch, ich werde zeigen, allen zeigen sozusagen, alle müssen bezahlen, sowas. Genau, so habe ich das wahrgenommen. Ich habe aber zu viel auch ein bisschen Background-Information, warum Ajit Palsing das Ganze da gedreht hat, gelesen. Und deswegen ist das auch so ein bisschen beeinflussend. Ja, ich finde, das sind alles ganz spannende Aspekte, die sich auch gar nicht widersprechen, finde ich. Ja, wir müssen Sie jetzt leider mit ganz vielen Gedanken noch nach Hause schicken, weil unser Tolles-Programm gleich weitergeht um Viertel nach. Also vielen Dank, dass Sie geblieben sind und vielen Dank dir, Rutscha, dass du uns so viele Anregungen mitgegeben hast. Wir hätten über vieles noch tiefer gehender sprechen können. Aber genau, also wir haben auf jeden Fall einen Anfang gemacht und hoffentlich nehmen Sie noch ein paar Fragen mit nach Hause. Dann viel Spaß noch beim restlichen Programm. Einige von Ihnen bleiben ja auch noch. Und bis bald. Herzlichen Dank. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.